Ihnen den Gurt während Ihres gesamten Aufenthaltes geschlossen zu halten. Zum Öffnen heben Sie die Metallschneule einfach nur an. Während des gesamten Aufenthaltes an Bord müssen Mobiltelefone ausgeschaltet bleiben oder sich im Flugmodus befinden. Schalten Sie bitte zur Start und Landung auch alle anderen elektronischen Geräte an. Funkverbindungen. Zeit, die aktiviert bleiben. Ihre Kabinenbesatzung informiert Sie gerne, welche elektronischen Geräte Sie an Bord benutzen dürfen. Falls wir Sie auffordern müssen, das Flugzeug schnell zu verlassen, verfügt diese Maschine über acht Ausgänge. Zwei im vorderen Bereich, vier Notausstiegsfenster über den Tragflächen und zwei Türen im hinteren Bereich. Alle Ausgänge sind deutlich mit dem Bord-Exit gekennzeichnet. Am Boden befindliche Lichtleisten leuchten im Notfall auf und weisen neben dem Weg zum nächstgelegenen Ausgang. Persönliches Handgepäck lassen Sie in jedem Fall in der Maschine zurück. Über aufblasbare Rutschen an den Türen oder über die gekennzeichneten Fluchtwege auf den Tragflächen verlassen Sie das Flugzeug in einem Notfall. Bei einem Druckverlust fallen Sauerstoffmasken aus den Fächern über Ihnen. Ziehen Sie eine Maske zu sich heran und drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase. Atmen Sie ruhig weiter. Erst dann helfen Sie mit Reisenden. Wir möchten Sie nun mit dem Gebrauch der Schwimmweste vertraut machen. Sie befindet sich unter Ihrem Sitz. Auf Anweisung der Kabinenbesatzung nehmen Sie diese heraus. Ziehen Sie dann die Schwimmweste über Ihren Kopf und führen Sie das Band hinter den Rücken nach vorn. Stecken Sie die Schneide in den Verschluss und ziehen Sie das Band fest. Bitte blasen Sie die Schwimmweste nicht im Flugzeug auf. Unmittelbar bevor Sie das Flugzeug verlassen, ziehen Sie an beiden roten Griffen, um die Weste aufzublasen. Sie hat zwei seitliche Mundstücke, die zum hinzufügen sowie ablassen von Luft dienen. Eine Signallampe leuchtet automatisch auf, sobald sie mit Wasser in Berührung kommt. Beachten Sie, dass an den Tragflächen-Notausgängen die Weste erst draußen aufgeblasen werden darf. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Rauchen während des gesamten Aufenthaltes an Ort nicht gestattet ist. Alle Waschräume sind mit Rauchmeldern ausgestattet. Wir sind zum Start bereit. Bitte klappen Sie Ihre Tische hoch, bringen Sie Ihren Sitz in eine aufrechte Position und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Abschließend möchten wir Sie auf die Sicherheitskarte aufmerksam machen. Diese enthält wichtige Informationen über unsere Sicherheitsausrüstung und Notfälle. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bauer. Thank you for your attention. I hope you have a very enjoyable flight. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen angenehme Euerchenen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen auf vielverbinden in die Weste Sitz, Ich wünsche Ihnen einen angenehme Müller und Notfallentwicklern. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020